Eine Zigarette enthält bis zu 4000 verschiedene Chemikalien. Einmal weggeworfen, verunreinigt sie 1000 Liter sauberes Trinkwasser. Und es braucht 10 bis 15 Jahre, bis sie komplett biologisch abgebaut ist. Daher übernehmt Verantwortung für eure Lunge und die Natur und hört auf zu rauchen. Und unterstützt das Nichtraucherschutz-Volksbegehren von 1. bis 8. Oktober, das bereits von über 590.000 Österreicherinnen und Österreichern unterstützt wird.